Männer und Achtsamkeit, Gaslighting, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sexuelle Funktionen, ihre Störungen, Rassismus in unseren Communities, Gewalt in queeren Beziehungen und wie rechte Schwule ticken. Spannender und bunter kann die 10. Männerakademie nicht sein. Mein Name ist Christopher Knoll und zwischen Oktober 2022 und April 2023 haben wir wieder interessante und fachkundige Referentinnen für euch eingeladen. Vorträge, Informationen, Austausch. Die Männerakademie im Sub und als Stream auf Facebook. Und am 11. Oktober geht's los. Wir freuen uns.